Leute aus Amerika, Leute aus England, Reporterlegenden, die kommen und sagen, dieser junge Mensch hat was ganz Fabelhaftes gemacht. Das ist der CNN Journalist of the Year Award. Und den können Sie gewinnen, indem Sie einfach nur teilnehmen. Mehr müssen Sie gar nicht machen. Und Sie haben einen tollen Abend und womöglich einen fantastischen Preis, den Sie nicht nur überall angeben können, sondern um den Sie auch alle beneiden werden. Also unbedingt mitmachen.